So liebe Freunde, willkommen zum Katzenspaß. Heute habe ich mal wieder ein paar Bilder im Gepäck. Hier das meines Wissens erste Bild aller Zeiten von Jacky, wie er seinen Tunnel durch den kleinen Ausgang verlässt. Auf den wirklich allerletzten Drücker habe ich diese Bilder noch anfertigen können, bevor er ihn dann endgültig verließ. Tja, ein historischer Moment. Halten wir einen Moment inne. Hier ein Bildchen auf seinem Kratzbaum und hier noch eine kleine Videoaufnahme davon, wie er die Kamera abschnüffelt. Das wäre es auch schon für diese Woche. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns nächste Woche Donnerstag wieder oder wenn ich wieder so viel zu tun habe. Ich kann diese Woche zur Abwechslung mal ehrlich sagen, dass ich viel zu tun hatte und nicht einfach nur faul war. Oder wenn ich faul bin, dann sehen wir uns wieder Freitag. Haut rein, lasst euch nicht kratzen und macht's gut.